Gratlocken Witzsch mal 16 Olli muss irgendwo angehalten Angehalten, ausgeschmiedt Sonst durch P-An attacken brauchen wir uns Ist in einer Spalte drin oder kann ich ... Es ist in dieser Spalte Was ist denn, was weglässt? Ja, wir haben ihn. Down. Nice. Das waren nice der Hits. Hansen, der Hunter kommt direkt auf dich zu. Hab ich wohl gemerkt. Oha, damn. Was ist das? Im SUV waren anscheinend zwei Leute. Ja. Zwei. Hat rote Kleidungen und ein MK1. Aber der ist nicht offen zu mir, oder? Kannst du gucken? Nein, der ist gedruckt. Wartet, der guckt zu dir? Ja, aber der ist recht weit weg. Ah, ich mein, ich... Oh, das wird der Typ sein. Hm? Komm auf, wie war das? Ah, das war der. Ähm, ist tot wie das Garten. Ich seh ihn, ich seh ihn. Ich seh ihn am Baum. Ich hab einen. Einer. Das ist noch der, der mich gekillt hat. Ja, aber... Oh, ich seh den. Ist jetzt untersprungen. Ist tot. Er ist tot. Nice. Ist da noch irgendwer? Da müssten noch Leute sein eigentlich. Das ist echt ein Problem. Stein, Wald, offene Fläche... Vor dir. Vor dir. Richtung Süden einfach. Der hat nur Klamotten. Und ich hab ihn jetzt. Nice. Scheiße. Ja, das war richtig... Der war oben viel irgendwo. Zwischen Gebüschen und irgendwas anderes. zwei Ivan Sorten. Es hat nur Cola einfach gedau.